Amtwertung, auch weit vorne erwartet, alle Male unter den Top Ten. Gilt weniger für den Schweizer Andri Oberholzer, aber dann Skurenjev, Kasmirek, Braun und Brucker. Das ist Andri Oberholzer. Stärke 1089 schon gelaufen, Deputant hier in Götzis. Bestreistung 7827 beim Schweizer, aber auch schon zwei Jahre her. Das ist der Vize-Europameister, Elias Kurenjev, startet für das Team der Neutralisierten sozusagen. Natürlich ein Russe, da gibt es diese Doping-Problematik, die Sperre des Verbandes. Jorge Ureña aus Spanien auf Bahn 3. Und das ist der Götze-Sieger von 2015, Kai Kasmirek. In den letzten Jahren auch immer wieder mal durch Verletzungen gestoppt. Peter Braun ging so ordentlich vorwärts. Letztes Jahr er hier mit einem ganz starken Auftritt beim Hypo-Meeting. Rang 3 belegt. Und dann Matthias Brucker aus Ulm, Fünfter im Vorjahr hier. Er ist auch so in den letzten zwei Jahren ordentlich nach oben explodiert. Und hält auch schon bei 8.304 Punkten. Von den Punkten her aber Kai Kasmirek, der Top-Athlet in diesem dritten Lauf mit dem roten Trikot. Und auch von der Zeit her eher schon 10.62 gelaufen. Alle in diesem dritten Lauf mit Bestleistungen deutlich unter 11 Sekunden. Und da klappt alles. Ziemlich gleich auch weggekommen. Und dann Jorge Ureña. Der zieht da ordentlich weg. Kasmirek kommt im Finish gut auf. 10.76 die Siegerzeit für den Spanier. Das ist eine deutliche Verbesserung seiner Bestmarke. Die Siegerzeit wird ja auch offiziell bestätigt. Jorge Ureña hat sich da prächtig geschlagen. Dann Kai Kasmirek. 10.84. Schauen wir mal, im besten 10-Kampf war es 10.78. Also, da verliert er nicht viel. Das kann sich durchaus sehen lassen. Deutsche hier vielleicht nicht restlos zufrieden. Aber der Start war sehr ordentlich. Gute Verhältnisse. 1,2 Meter Rückenwind. Die ersten paar Meter noch ziemlich gleich auf. Und dann war Jorge Ureña, der Spanier, mit dem Zwischenspurt der Beste im Finish. Kommt Kai Kasmirek nochmal ordentlich angeflogen. Brucker 11.04. Das wird einigermaßen okay. Peter Braun 11.10. Skorinjev 11.14. Der Russe da etwas hinter seinen Möglichkeiten. Und 11.28 für André Oberholzer. Brucker 11.04. Sehr im Rahmen. Verliert auch nur. Wie Kasmirek. Sechshundertstel. Auf dem Bestwert. Also auf dem Vergleichswert. Beim eigenen 10-Kampf-Rakord. Kommtopa 11.04. Wie Kasmirek. Vielen Dank.